Hallo ihr Lieben, na, kennt ihr mich? Ich glaube, dass einige von euch mich gut kennen. Mein Name ist Max, ich habe aber auch Namen wie Graf Orlok oder Nosferatu gehabt, ja. Ich sitze hier schon seit geraumer Zeit und muss mir diese großen Käsepotten von meinem Kumpel da oben anschauen, ja. Hier, schaut euch mal diese Füße an, denn der ist auch recht retro und schon leicht angestaubt. Und was hält der hier in der Hand? Das Bild eines jungen Knaben, der irgendwann mal zu einem der größten Hörspielsammler überhaupt wird, ja. Ich glaube, das ist Hör mal zu mit seiner Oma. Und das hier ist Frankie Boy, der schaut nur so, also der ist eigentlich ganz friedlich, ja. Aber wir sind alle kleine Lichter gegen diesen Kerl, denn das ist unser Big Boss. Er heißt Bela und ist Anführer einer ungarischen Mafia, ja. Der passt auf, dass hier alles klappt und dass hier alles retro ist. Denn ob Blutsauger, Monster oder Nosferatu, eines haben wir alle gemein. Wir sind retro und wir sind Geschichte. Willkommen bei Hör mal zu aktiv, dem Kanal für echte Vampire, öh, nö, für echte Hörspiel- und Retrofreunde.